Ich hab eine Idee. Außerdem lebe ich auch noch, danke der Nachfrage. Es gibt vielleicht eine andere Möglichkeit, ihn zu bestrafen. Ich bin ein Hase? Wieso ist das besser als im Gefängnis? Das ist viel besser. Du und ich lernen uns kennen und spielen den ganzen Tag Beleidige die Fundaments. Hey Phoebe, schneid mir eine Schabe Brot mit deinen Ellbogen ab. Der war gut, Pups. Jetzt ich. Hey Max, stirb! Okay, wir arbeiten dran. Lass uns in ihre Schuhe machen. Also, Phoebs, ich hab mich gefragt... Nein, Bertha kann nicht in meinem Zimmer bleiben. Eigentlich wollte ich wissen, ob du noch mit mir Verbrechen bekämpfen möchtest. Wirklich? Du willst noch mit mir ins Team? Ja, wir haben ziemlich coole Zwillingskräfte. Wäre eine Schande, sie zu verschwenden. Partner? Partner. Also Fistbams von jetzt an? Absolut. Cool. Alarm, Alarm. Superpräsidentin tritt zu, nähert sich dem Haus. Okay, ich habe die Siphos verlassen. Sorry, aber Max Thunderman stellt nichts über seine Familie. Das sehe ich auch so. Deshalb habe ich den Commander gefeuert. Hä? Die Liga der Helden verzichtet auf einen arroganten Heuchler, dem das Sagen seines Namens wichtiger ist, als Leben zu retten. Und was ist mit ihm passiert? Hier ist die Aladdin, Madame President. Ich sagte wenig Schaum, du Trottel. Warte im Luftkissenwagen. Oh je, Dr. Trombo ist tiefgesunken. Und wer wird die Siphos jetzt leiten? Aufgrund ihrer konstanten Performance im Kampf gegen die Liga der Schurken und ihrem Verständnis von der wahren Natur des Heldentums, übertrage ich die Führung der Siphos an Phoebe und Max. Hier sind die Leiter der Siphos? Danke, Superpräsidentin tritt zu. Das ist eine große Ehre. Als neue Commanders könnt ihr einstellen, wen auch immer ihr wollt. Jeden, den wir wollen, hm? Tja, wir brauchen sicher einen Superhelden mit Superstärke. Elektrizität wäre auch sehr praktisch. Und ich denke, Supertempo, Laser und Teleportieren würden uns bei einigen Rettungen helfen. Dann findet erst mal einen Helden mit all diesen Kräften. Billy, er meint uns. Wir sind endlich als Superhelden aktiv. Laser Girl meldet sich zum Einsatz. Und nennt mich den schnellen Gentleman. Wie wär's mit Kid Quick? Kid Quick? Leute, seid ihr euch sicher? Hey, ihr habt als Superhelden aufgehört, damit wir ein normales Leben haben können. Aber eine Superhelden-Familie zu sein, ist unser normales Leben. Was sagst du, Barb? Ich sage, sieht aus, als wären Thunderman und Electress wieder in Action. Vergiss nicht Thunder, Baby, Baby. Thundermans, in die Anzüge! Gut, ihr seid bereit. Gerade ist das südchinesische Meer vom Brainpuncher besetzt worden. Euer Supersonara-Jet wartet draußen bereits auf euch. Naja, ich kann fliegen. Und ich kann teleportieren. Wollt ihr den Jet jetzt oder nicht? Ja, wir wollen ihn. Viel Glück, Sieforst. Oh, Phoebe, sollten wir... Äh, noch eine Sache. Es ist nicht mehr die Z-Force. Es ist die T-Force. Das T steht für Thundermans. Sie hat's verstanden. Dann gehen wir mal die Welt retten. Oh, das ist das? Ja.